Viparita Namaskar Kurmasana, die umgekehrte Grußhaltung in der Schildkröte. Ausgehend von der Schildkröte gibst du die Hände hinter den Rücken. Du könntest jetzt die Hände falten, das wäre Baddha-Hasta-Kurmasana. Oder du kannst die Handflächen zusammengeben und das ist dann Viparita Namaskar Kurmasana. Wenn du also hinter dem Rücken die Handflächen zusammengebst, ist das Viparita Namaskar und das in Kurmasana zu machen, ist eine besondere Herausforderung. Manchmal hilft es, wenn man jemanden hat, der einem dabei hilft. Ja, danke fürs Zuschauen. Alles Gute zum nächsten Mal bei www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de